Herzlich willkommen hier zum Spezial-Finanz-Orakel. Wir wollen heute mal einen Blick hineinwerfen in die Karten und prophezeien, welche Aktien in den nächsten 5 bis 7 Tagen steigen oder fallen werden. Wenn auch du dafür interessiert bist, dann bleib dran, nach dem kurzen Intro geht es schon los. Einen wunderschönen Vorabend euch an diesem Mittwoch, wo wir etwas wagen, was vielleicht viel belächelt wird, aber es soll als Video festgehalten werden, dass die Karten uns sagen können, welche Aktien fallen, welche Aktien werden hochgehen. Wir geben da eine kleine Tendenz rein, also bitte tut jetzt nicht euer ganzes Erspartes hier investieren. Sondern verfolgt es vielleicht nur mit, wenn ihr vielleicht an der Börse aktiv seid, dann dürft ihr natürlich auch eventuell das ein oder andere Risiko für euch persönlich eingehen. Aber bitte keine zur Verantwortungsziehung. Es ist hier ein Orakel und ihr wisst, jedes Orakel hat seinen Freund und auch seinen Feind. Ja, wir schauen hinein, die Finanzmärkte, was sie bringen. Viele Menschen wollen immer wissen, wie geht es mit Geld weiter, wie geht es mit Geld voran. Und wir schauen einfach mal hinein, was die Karten dort zu sagen haben. Bringt es was zu investieren? Bringt es nichts zu investieren? So, was steigt und was fällt? Es wird bestimmt sehr interessant. Daher bin ich auch selbst gespannt, wie da die Karten mit der Hellsicht kombinieren. So, die Karten sind gefallen. Es ist auch heute kein langes Orakel. Wir gehen da wirklich sehr, sehr schnell in die Tat hinein. Und ja, schauen einfach mal, was hier passiert. Wir haben den Hund und wir haben ein kleines Kind. Bei den Kipperkarten, da sage ich jetzt gleich was dazu. Wir haben die Krankheit beim Anker und wir haben die Sterne beim guten Herren. Okay, also ich kann euch schon mal vermitteln, dass die Industrie steigen wird. Wir haben hier den guten Herren, da wird mir gerade gesagt, dass gerade der Finanzmarkt, was Autos, eventuell sogar Elektroautos betrifft, in den nächsten 5 bis 7 Tagen wieder anziehen wird. Hier liegt auf jeden Fall etwas drin, wie zum Beispiel Tesla-Aktien etc. pp. Oder auch Automarken, die in Deutschland produziert werden. Da lag hier ein bisschen die Unsicherheit drin, aber hier ist auf jeden Fall wieder das Potenzial dafür da. Die Krankheit haben wir hier bei dem Anker liegen. Das heißt, die Krankheit liegt für mich im Transport. Im Transport liegt für mich aber auch sehr, sehr viel Textilien. Ja, Textilien, also denke ich, dass gerade Textilhersteller in nächster Zeit es nicht so leicht haben werden an der Börse. Für mich liegt hier auch ganz klarer Verlierer drin, zum Beispiel Puma, Fila oder Adidas, die, wenn die an der Börse sind, das weiß ich nicht mal, die ganz, ganz starke Fluste zu erwarten haben, meiner Meinung nach. Hier haben wir den Gewinner des Tages, der Hund und das kleine Kind. Hier geht es um menschliche Sachen. Hier geht es aber auch um Versuche, die sich distanzieren. Und leider aufgrund dieses Hypes, den ein bestimmter Virus derzeit hat, denke ich, dass hier ganz klar die Pharmaindustrie gewinnt. Ich denke auch, dass es zwei ganz klare Aktienführer dort gibt. Das ist einmal Novotex, denke ich. Novotex, Novatex, Novectex, irgendwie sowas. Die werden sich bestimmt damit beschäftigen. Ist auf jeden Fall ein französisches Unternehmen. Hier. Wir haben aber nicht den dauerhaften Gewinn. Das ist nur kurzzeitig. Hier haben wir eher das starke Steigen. Und hier könnt ihr in einem halben Monat wieder gut investieren, weil ich denke, dass die Zahlen sogar dort gut liegen. Aber leider die Transportbegebenheiten derzeit nicht gegeben sind und die Angst auch zu groß ist. Und da sieht man mal, wie so ein kleines Virus alles unter Kontrolle hat. Hier haben wir nämlich den Sumpf. Das ist kurze Dauer. Das bleibt noch ein bisschen gefestigt. Und wir haben die Metamorphose, was gerade die Autoindustrie betrifft, wo hochgehen wird, wo wirklich hochgehen wird. Es ist auch ein seltsames Orakel heute. Aber es ist mal wichtig für mich, dass wir das auf Video festhalten und einfach so angeben. Die Metamorphose zeigt aber auch, dass hier Neues geschaffen wird, Neues erlebt wird. Nur hier nicht. Also wir können davon ausgehen, dass wenn jetzt zum Beispiel Puma, Adidas, Nike, egal was, wirklich fallen sollte, dass ihr das innerhalb von sieben bis acht Tagen wirklich wieder gut kaufen könnt. Von den Aktien her. Wir reden hier heute nur von Aktien. Hier sehen wir, dass die Autoindustrie einfach gefestigt bleibt. Die ist in der Metamorphose. Das ist auch dieses New Age Auto, Elektro, Hybrid Autos. Dort solltet ihr wirklich einen Fokus drauflegen. Wir haben auch in der Kommunikation Dinge, die steigen werden. Das heißt, soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram oder auch Netflix liegt hier sehr, sehr stark. Da muss man überlegen, ob man sich das wagt. Ja, in diesem Sinne. Das waren jetzt ungefähr sechs Minuten. Lasst uns gespannt sein und in einer Woche wieder drauf gucken, was die Aktienmärkte gemacht haben. Novotec, Novotex und Merck sollte man hier im Auge behalten. Hier habe ich Puma, Nike und Adidas sehr im Kopf. Und hier bitte Tesla und Mercedes im Auge behalten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und macht's gut.